Und ich bin gleich hier rausgedrückt Holy So, ein wunderbares herzliches Willkommen zurück zu Lego Harry Potter Wir suchen weiter nach versteckten Gegenständen, die uns zu den 100% bringen Wir haben 80,4, das sind 0,5% mehr wie letztes Mal Uhu Wir suchen jetzt hier weiter Und die ganzen Fackeln zeigen mir an, dass sie eine Charaktermarke bringen Aber es gibt keinen Counter Oh Ich habe mich geirrt Es gibt doch einen Counter So, die ganzen Glasteile scheinen auch noch einen zu sein Das heißt, wir benötigen mindestens Bulstrode Wir brauchen noch eine Alraune Und ein Goldene Stein Oh Gott Okay Das hat mich jetzt ein wenig erschreckt Hier gibt es noch eine Tür, die betrete ich am Ende Erstmal tun wir die Katze hier rein So, zack, hier rüber Und hier runter Und der goldenen Stein Fehlt noch 39 So, an die Tür gehen wir gleich rein Ich würde nur zu gern noch einmal Die Alraune finden Wo ist sie, wo ist sie Ach, da oben Ich sehe sie Jetzt brauche ich aber nur den Schrank Da oben Den Schrank mit dem Kopf Äh, mit den Ohrenschützen Nice So So, du kommst her Und eins noch und das ist unten Dass man so langsam mit dem Biest laufen muss Ah, jäh So, hier ist es Und wer ist es? Ernie McMillan So, jetzt tragen wir das lästige Biest noch einmal nach oben Und tun es wieder in seinen Pott zurück Wo es hingehört Na komm Und rein mit dir, du Biest Wie viel haben wir jetzt eigentlich von den Schülern in Gefahr 39 Und von Charaktermarken Fehlen auch noch ein paar Stück Also, hier wurden 40 Stück Ah, es gibt nur ein paar Folgen Das gibt noch ein paar Folgen Und es geht in die mysteriöse Tür Wo geht es hin? Ah, Verteidigung gegen die dunklen Künste Ah, okay Hier ist der goldene Stein drinnen Äh, der rote Stein natürlich Irgendwann was der bringt Falls wir ihn nicht schon haben Zack Haben wir auch schon Okay, aber was ist das mit den Marken da hinten? Hm Hier jetzt nicht ein Jetzt bin ich verwirrt, was macht das? Was muss ich hier tun? Hm Ich kann hier kein bisschen zaubern Hm 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 Ah Eine Ron im Schlafanzug Und eine fehlt uns noch Wie kriegen wir die andere? Was müssen wir machen, um die andere zu bekommen? Es gibt ja eigentlich keine Möglichkeiten mehr, ne? Wir brauchen noch ein Spinnennetz, wie es aussieht Gut, hier Hier oben Ha Sieh mal einer an So simpel kann es da doch sein Gut Pavati im Ballkleid Hier haben wir die ganzen Nebencharaktere hier noch nebendran Und das haben wir auch Sehr schön Wieder eine Sektion abgeklappert Jetzt seitdem hier geht es nochmal rein und können wir gucken was hier noch drin ist Ah Hier gibt es natürlich auch noch ein paar Sachen Oh Guck dich mal links die ganzen Pfeile an Heilige Kacke Gibt es hier überhaupt noch Sachen, die man machen kann? Nicht so aus, außer dass sie vielleicht Hier, genau, hier gibt es noch jemanden dahinter Und zwar Genie Whisky Das wir die doch nicht hatten, wow Rein geht es hier allerdings nicht Hier haben wir noch ne Truhe zum öffnen Oh wow, da geht es rein Okay, nice Lass mal reingucken Oh Irgendwann wird gleich wieder rausgedrückt Holy Shit Was ist das denn? Okay Wow Das sieht extrem nice aus Das sieht echt krass hier aus Also wirklich Okay, hier können wir mit hoch Ich muss ja erstmal darauf klarkommen, was hier alles abgeht Hier haben wir ne Zutat mitgenommen Victor im Smoking Victor im Smoking Okay Und hier kriegen wir einen Stärketrank Ah ja, da sehe ich schon was wir machen müssen Einmal den hier befreien Dann einmal hier mit Blumos rangehen An weiteren Schülern Gefahr retten Und einmal hier den Voldemort plattmachen Und ich habe hier vorhin schon mal drei Ah, da müsste aber den ganzen Weg nochmal neu laufen Dann können wir hier gerade rechtzeitig hin Um hier drüben die Zutat einzuwerfen So und jetzt müssen wir aber nochmal zurück Hier müssen wir das Werk mal zerstören Und nur zusammenklüfteln Oder einen Aufzug bauen Gut Gut, die Zutat haben wir hierfür auch Und jetzt können wir hier nochmal Auf den Voldemort feuern Vier von fünf Was? Ich dachte das wäre schon der fünfte Ähm Achso, ne Der fünfte ist da oben Ah, okay Oh Und ich bin gestorben Gut Und mit dem Stärketränk, den wir jetzt brauchen Können wir dann da oben das Ähm Den Greifern da oben Deaktivieren Und somit die Kiste besorgen Oh Ich muss natürlich auch von trinken Das macht natürlich auch Sinn So Einmal hier dran Und noch einmal Voldemort besiegen Damit es sich aussieht würden wir eine weitere Charaktermarke bekommen Oder einen roten Stein Aber hiervon haben wir es ja schon bekommen Gut Das heißt der Rest gehört nicht hierzu Und einen weiteren roten Stein Bin gespannt zu was der gehört Oh Herzen regenerieren Das hat schon nicht Das ist, das ist nice Das hier ist nice Und alles in so einem kleinen Raum So ein Raum in einem Raum Gut Das haben wir auch Obwohl ich will nochmal gucken können wir Macht das was wenn wir die Kerzen Deaktivieren Okay und die Fackeln auch nichts Gut Sektion abgehakt Als nächstes gehen wir mal hier runter Ähm Ähm Nicht direkt Hier gibt es nichts direkt Gut und wieder raus Gut Und zum nächsten Hier in den Raum einmal rein Oh Ich bin gerade in einen Unterricht gestolpert Was zur Hölle? Ich dachte die Story wäre soweit fertig Niemand hat mir gesagt Niemand hat mir gesagt dass es hier noch Unterricht gibt Okay Seemt Fein Für mich Ich bin gerade in den Raum 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 Das war einfach Was ist das? Echt spannend, momentan. Gold und Stein und Charaktermarke und wir kriegen sogar Professor McGonagall. Wir kriegen sogar Professorin persönlich. Nice. Dann haben wir das auch abgeschlossen. Es gab tatsächlich noch mal eine Unterrichtseinheit. Hätte ich nicht gedacht. Aua. Sorry. So funktioniert das mit Ron nicht. Achso. Das kannst du mit... Okay. Hm. Okay. Achso. Ach jetzt bin ich mit Ron erst dran. Okay. Okay. Simpel. Zack. Und jetzt habe ich nochmal Termine nochmal. Verwandlungskunst. Sehr schön. Und wir kriegen noch einen goldenen Stein. Sehr cool. Sehr cool. Wir haben einen weiteren Zauber noch bekommen. Das finde ich sehr, sehr gut. Wo geht es eigentlich raus? Nach hinten. Sehr nice. Dann würde ich wieder sagen, das Video für diese Folge. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch eine Verwandlungseinheit haben. Aber wir haben es gefunden. Ohne jegliche Ansagen. Finde ich gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Ciao.